Da kann passieren was will, der bleibt locker und so muss das sein. Der verliert nie die Nerven. Aber wie gesagt, jetzt darfst du nicht mehr verlieren. Das ist natürlich so eine Sache. Hier haben wir noch unseren Wuzewitsch. Die Truppe haben noch viel Spaß und so muss das sein und nichts anderes. Jetzt auf Krampf irgendwas machen ist auch nicht gut. Hier haben wir noch unseren Ansichleppertor. Der positiv Verrückte. Und dann wollen wir mal sehen wie es weiter geht. Ein schöner Aufgelopp. Ich nehme an, dass er richtig noch Gas gibt morgen und übermorgen. Alles klar in der HSV. Tschüssi.